Ich bin eigentlich niemand, der gerne kritisiert wird. Ganz im Gegenteil. Dann hast du einiges falsch gemacht. Ja, in der Tat. Die ganze Kritik meiner Person, zweimal schon dem Satan übergeben worden, einmal sogar livehaftiger, das fand ich nicht so toll. Ganz im Gegenteil, das hat mich oft verletzt und traurig gemacht und habe ich lange dran zu knapsen. Herzlich willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der dritten Folge spreche ich wie passend mit Martin Dreyer. Martin ist bekannt als Gründer der Jesus Freaks und Initiator der Volksbibel. Heute ist er als Buchautor und Lehrer tätig und lebt mit seiner Familie in Berlin. Im Gespräch geht es um Martins persönliche Höhen und Tiefen, über die Frage, was wir als Christen dringend tun müssen, um die junge Generation zu erreichen und über seine letzte Vision. Viel Spaß bei der dritten Folge mit Martin Dreyer. Ich sitze hier mit Martin Dreyer und frage mich, Martin, wie würdest du dich einem 15-jährigen Christen vorstellen, der deinen Namen noch nie gehört hat? Der ist 15 Jahre Christ oder ist das ein 15-jähriger Christ? Ein 15-jähriger Christ. Hey alle, Lando, ich grüßt man. Ich würde sagen, ich war auch mal 15 und in mir brannte eine große Sehnsucht nach Abenteuerleben, als es bei mir losging, so mit der Pubertät. Und ich glaube, dass ich mir in all den Jahren, obwohl ich mittlerweile schon 50 bin, so ein bisschen was von 15-Jährigen noch konserviert habe. Ja, also ich habe halt immer mit Jugendlichen zu tun gehabt. Ich habe ganz viel Jugendarbeit gemacht in der Stadt, in Köln, in Jugendgottesdienste gepredigt. Und alle meine Bücher haben auch so ein bisschen junge Menschen in der Zielgruppe gehabt, auch sprachlich, sage ich mal, ob das nur die Volksbügel war oder alles andere. Und ich mag das Alter. Ich finde, das ist ein cooles Alter, wo man sich ausprobieren kann und wo eine Menge passiert und es sehr abenteuerreich ist. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Also man brauchte auch schon ein bisschen Führung mit 15. Hättest du dir die damals in einer anderen Form oder stärker gewünscht? Ja, ich denke schon, es gäbe einige Klippen, die ich umschifft hätte, wenn es irgendjemanden gegeben hätte, ein älterer Freund oder so. Ich bin halt ein Junge mit drei Schwestern aufgewachsen und hatte nur gleichaltrige Freunde. Mein Vater hat meine Erziehung verweigert. Also er war einfach nicht präsent. Und so bin ich dann irgendwie durch meine Schwestern und die gleiche Alterien geprägt worden. Als du dich als Jugendlicher dann bekehrt hast, wie alt warst du da nochmal? Ich war 18, nee 19 glaube ich. 19? Ist das noch jugendlich? Ja, Adoleszenz ist cool. Es gibt so unterschiedliche Theorien. Ja, okay, du warst 18, 19 und deine ganze Familie hatte sich ja vorher schon bekehrt. Aber die bestehende Kirche war irgendwie nichts für dich. Und warum? Naja, ich habe schon mich konfirmieren lassen. Und das war in so einer relativ kleinen Gemeinde bei uns im Stadtteil in Hamburg. Und da war, glaube ich, was ganz Ödes. Also ich bin da wirklich nur hingegangen, weil ich unbedingt ein Moped haben wollte. Und ich gehofft habe, dass ich zur Konfirmation genug Geld kriege. Und die Konfirmantenfreizeit war noch ganz lustig, aber wir haben da eigentlich den Pastor immer nur veräppelt und haben da unsere Sprüche gemacht und Witze gemacht. Aber keiner, also soweit ich mich daran erinnern kann, gab es keinen in meiner Konfirmantengruppe, der das auch nur eine Spur ernst genommen hat. Aber als du dich dann bekehrt hast später, bist du ja auch nicht jetzt in der Kirche geblieben, in der du dich bekehrt hast, sondern hast sogar eine eigene Bewegung gegründet. Und da war für mich die Frage, was hat dir gefehlt damals oder wann wärst du dort geblieben? Was hättest du gebraucht? Ah, ja, das war so, ich kam mir eigentlich in dieser Gemeinde, in der ich zum Glauben kam, immer wie so ein Alien vor. Die waren alle ganz anders drauf, die hatten eine ganz andere Biografie, die haben ganz andere Musik gehört, so Arno und Andreas und Amy Grant, die kennt heute keiner mehr. Vielleicht noch Andreas Malessa, aber das war so, ja, Hippie-Musik, uninteressant, dumm, das war überhaupt nicht mein Style. Damals liefen die dann bei uns in dieser Jugendkreis, in den ich dann gegangen bin, in Grönländer-Pulli rum und so Jesuslatschen und wie der Raum gestylt war. Also ich wollte diesen Glauben, das wollte ich auf jeden Fall. Da habe ich gemerkt, boah, da ist irgendwas, das kann mir helfen. Aber all das drumherum war für mich total fremd und ich musste mich da richtig rein zwingen. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich auf jeden Fall mehr wissen wollte, wie das mit diesem Jesus funktioniert. Und dann weiß ich aber noch, nachdem ich da so eine Menge getankt hatte an Informationen und so, habe ich dann mal meine alten Freunde eingeladen. Kommt doch mal mit da in diese Petri-Kirche und da ist immer so ein Gottesdienst. Was waren das für Freunde so? Ja, ich habe damals in so einer Clique rumgehangen. Wir haben zusammen so eine Punker-Zeit durchgemacht und dann später eigentlich so eine Kiffer-Musikhör-Clique irgendwie gehabt, mit der wir uns immer getroffen haben und ohne Ende Bier getrunken haben und Musik gehört haben und uns irgendwie begifft haben. Ja, ziemlich stumpfsinnig im Rückblick. Naja, aber die waren halt auch in so einer Phase, wo sie der eine merkte so, ja, ich habe es irgendwie auch nicht mehr im Griff. Dann hatte ein Freund von uns aus der Clique, erweiterter Freundeskreis, Selbstmord gemacht. Der hatte also auch ziemlich starke Depressionen. Die waren auch so ein bisschen am Fragen. Und ich habe dann immer gesagt, hey, komm doch da mal mit, Petri-Kirche und so. Und dann kam immer so, hey, Alter, hör mir auf mit Kirche. Ja, also Kirche und dann kommen die, also viele Menschen, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben, für die heißt Kirche ja dann gleich Papst und Hexenverbrennung und Religionskriege und kein Sex vor der Ehe oder eigentlich überhaupt kein Sex und kein Spaß und den ganzen Tag mit einer Kutte rumlaufen. Das sind ja so die Bilder, die viele Menschen vom Glauben damals zumindest hatten. Und ich habe gemerkt, ich kriege die da nicht hin. Und da habe ich das erste Mal gedacht, ich möchte eine Brücke sein. Ich möchte eine Brücke sein von diesen Szenen ins Reich Gottes, ja, vom Reich der Welt ins Reich Gottes. Und dieser Gedanke, das war eigentlich schon eine Berufung, da gab es auch so ein Berufungserlebnis dazu, hat eigentlich mein ganzes weiteres Leben für viele, viele Jahre sehr stark geprägt. Dieser Gedanke, ich will eine Brücke sein für Menschen von draußen nach drinnen. Was war das Berufungserlebnis? Ich habe dann nach der Schule so ein missionarisches Jahr gemacht in Amsterdam bei Jugend einer Mission. Und da hatte ich in der stillen Zeit plötzlich so einen Gedanken, ich soll Matthäus auswendig lernen oder Matthäus lesen. Und das habe ich dann wirklich jeden Tag gemacht. Nur Matthäus, alles andere beiseite gelassen, nur noch Matthäus gelesen, die Kapitel mir auf Karten geschrieben. Und das habe ich so zwei Monate gemacht. Und dann war da so ein Gottesdienst, wo so ein amerikanischer Mega-Charismatiker plötzlich vorne Menschen aus der Gemeinde rausgerufen hat. Und so Worte für die hatte. Er sagte, das wären Prophetien. Und plötzlich zeigte er mit dem Finger auf mich und sagt, ich habe eine halbe Word für Sie, stand up. Und ich so, ja, und er meinte dann wirklich mich, ich bin dann aufgestanden. Und dann sagt er vor der versammelten Leute, God told me, you are like Matthew, du bist ein Matthäus. Und das war natürlich krass, ja. Und dann hat er noch weiter gesagt, so wie Matthäus seinen Leuten das Evangelium gebracht hat in einer Sprache, die sie verstehen, so ist es deine Aufgabe, deinen Leuten das Evangelium in einer Sprache zu bringen, die sie verstehen. Und das Wort war natürlich für mich unerklärlich ein Hammer, eindeutig irgendwie was Übernatürliches. Und das hat mein weiteres Leben sehr, sehr stark geprägt. Danach hast du die Jesus Freaks gegründet und wir kommen vielleicht auch später nochmal auf den einen oder anderen Aspekt. Ich würde, einfach weil du das auch schon sehr, sehr häufig erzählt hast, würde ich dir gerne mal eine andere Frage an der Stelle stellen. Wenn man heute in christlichen Kreisen zumindest über Martin Dreyer spricht, dann wird in einem Atemzug immer gesagt, das ist der Gründer der Jesus Freaks und der Initiator der Volksbibel. Okay. Jetzt frage ich mich eben nach ungefähr mittlerweile über 20 Jahren Jesus Freaks und all dem, wie lange das schon zurückliegt. Nee, über 30 Jahre stelle ich jetzt gerade fest. Knapp 30. Also in der Zwischenzeit, du hast zwei Kinder bekommen, du unterrichtest an einer Schule und so. Hat sich die Bedeutung von Freak für dich gewandelt oder welche Rolle hast du eigentlich heute? Also ob ich mich immer noch als Jesus Freak empfinde? Nee, zumindest mal laut deiner Biografie müsstest du das ja, weil du sagst, du wirst immer ein Freak sein. Ja, also das ist immer so eine Definitionsfrage. Genau, deswegen frage ich nach. Dieser Begriff wird ja auch im Englischen unterschiedlich verwandt und kommt eigentlich mit Jesus zusammen eigentlich aus dieser Jesus People Zeit. Und ich habe dann eigentlich immer so gedacht und auch geantwortet, Freak sein bedeutet irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht im Hauptstrom der Gesellschaft geschwommen zu sein, sondern in irgendeiner Art und Weise in einer Randgruppe sich mal zu Hause gefühlt zu haben. Und das gibt musikalische Randgruppen, also ich würde jeden Metal Freak und Gothics und alle Jugendszenen, das sind schon in irgendeiner Art und Weise, also nach meiner Definition auch Freaks. Aber umso mehr ich darüber nachdenke, wen erreichen wir Jesus Freaks, eigentlich erreichen wir Leute, die irgendwie auch so verrückt sind im positiven Sinne, die kreativ sind, die out of the box denken, die Bock haben, mal was anderes zu machen, was anderes auszuprobieren, die nicht so an den Normen gerne festhalten, sondern sich irgendwie auch ausprobieren wollen. Und ganz genau genommen ist eigentlich jeder Christ ein Jesus Freak. Jeder Christ ist ein Freak, weil die Hauptnormen der Gesellschaft nicht das sind, was Jesus sagt. Und jeder, der sich einigermaßen an Jesus orientiert, ist schon jemand, der eigentlich gegen den Strom schwimmt. Okay, also es ist sehr viel mehr eine Haltung und sehr viel weniger die Form, wie man das jetzt ausdrückt. Genau. Und es gibt auch bei den Jesus Freaks, gibt es Leute, die laufen mit Schlips und Krawatte rum, sind aber im Herzen zehnmal mehr Freak als so ein Typ in einer zerrissenen Jeans und einer Bierflasche in der Hand, wenn man mit ganz konservativen Werten da oft ankommt. Also im Vorfeld von dem Gespräch habe ich mir auch ein paar Videos von dir angeschaut, ein paar Predigten gehört und dachte so, Mensch, eigentlich wirkst du da recht brav. Ich sage mal, entgegen all dieser Kontroversen und Schlagzeilen um deine Person. Die es eben in der Vergangenheit auch gab. Und du weist aber auch gleichzeitig selbst darauf hin, dass Jesus nicht immer brav war. Jetzt frage ich mich, wie wild bist du heute noch? Ja, wie wild. Ich bin längst nicht mehr so wild wie vor 20 oder 30 Jahren, weil sich mein anderes Leben, meine Ehe, mein Vaterdasein einfach das verlangt. Ich kann nicht mehr so wie früher nachts um zehn plötzlich sagen, boah, Jesus will jetzt, dass ich auf den Kiez gehe und da eine Predigt im Sarg halte. Sowas haben wir früher gemacht. Das will für mich so ein Freak sein, weil das geht ja immer nicht. Unsere Kinder schlafen schlecht und die würden sofort Panik kriegen, wo ist Papa? Ja, das geht irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass ich immer noch, dass ja vielleicht Gott mir sogar irgendwie so ein Kreativgeist-Ding gegeben hat, dass ich schon, ja, so out-of-the-box-Dinge schon mir nahe liegen. Und ich habe auch eine Menge Ideen und Visionen, die ich einfach zurzeit nicht umsetzen kann, weil es die Familie und das der Rest des Lebens nicht ermöglicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges kommt, wenn sich das erst mal so ein bisschen geregelt hat mit den kleinen Kindern. Also meine Tochter ist jetzt acht und mein Sohn kommt jetzt in die Schule. Und ja, das zwingt mich dazu, mein Leben in ordentlichen Bahnen laufen zu lassen. Ja, aber ich bin auch älter geworden, klar. Und ja, das Leben hat auch sein Tribut gezollt. Ich bin nicht mehr so knackig. Also so wie Jesus zum Beispiel im Tempel mal sehr... Eine Peitsche bastelt, ja. Da frage ich mich schon, was ist das, was dich heute noch so richtig auf die Palme bringt? Also gerade, was mich wirklich ganz stark auf die Palme bringt, ist das Thema Lüge und Wahrheit besonders in Verbindung mit sozialen Medien. Und ich bin also auf Facebook sehr aktiv, obwohl viele von meinen Freunden mittlerweile sich schon abgeseilt haben in den sozialen Medien. Auch in meiner Schule unterrichte ich ein Fach, wo ich über Fake News den Schülern versuche beizubringen, Sachen richtig einzuordnen und zu prüfen, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Und ich persönlich behaupte, dass einer unserer hauptgesellschaftlichen Probleme, die Quelle von ganz vielen Problemen tatsächlich der Umgang mit der Wahrheit ist und das Lüge salonfähig geworden ist, alleine durch den neuen amerikanischen Präsidenten, der in einer Tour Dinge behauptet auf Twitter, die einfach nicht stimmen. Und es ist mittlerweile okay anscheinend auch für viele Christen, auch für viele evangelikale Christen, die eigentlich sehr fundamentale Werte vertreten wollen und würden sich auch als Fundamentalisten verstehen, scheinen sie da einen bis 35.000 Augen zuzudrücken. Ja, also das, Wahrheit ist ein Wert, den ich mich bemühe, den ich wichtig finde, an dem ich auch immer wieder selber hadere. Ja, aber ich glaube, das ist eine große Aufgabe für unsere Gesellschaft, zur Wahrheit zurückzukehren und dieses Lügen und Halblügen irgendwie zu entlarven. Denn diese gerade ganz viele Handlungen werden auf Lügen letztendlich aufgebaut. Und wenn das so weitergeht, dann frage ich mich, wo geht das hin mit unserer Gesellschaft? Du hast ja jetzt in der Gesellschaft, hast du schon auch uns Christen mit eingeschlossen. Ja. Warum würdest du sagen, sind wir Christen so auch oder sogar gerade so anfällig für Lügen? Weil wie das Pauluswort prüftet alles und behaltet das Gute anscheinend irgendwie nicht hören und nicht ernst nehmen. Und in vielen Gemeinden so eine Leiterschaftstheologie vorherrscht, da oben der Pastor und vielleicht noch der Ältestenkreis. Die wissen es, die haben die Wahrheit und ich folge dem, ohne wirklich nachzudenken und nachzuforschen und zu überprüfen. Und vieles, was so an Gemeinden, nach meinem Gefühl, komischen Theologien verbreitet wird und geglaubt wird, hat damit zu tun, dass man sich gar nicht mehr traut, wirklich zu prüfen, auch wissenschaftlich zu prüfen. Stimmt das eigentlich, was der Mann da vorne behauptet hat, was eigentlich unsere Theologie ist? Ist das wirklich standhaft oder müssten wir das nicht alles nochmal auf den Testfall ankommen lassen und zu gucken, was bleibt davon übrig, nachdem wir es wirklich geprüft haben? Also ich habe auch bei deinen Facebook-Posts gesehen, dass gerade auch in Zeiten von Corona du auch dieses Thema öfter mal angesprochen hast, auf Artikel verlinkt etc. hast und in deinen Kommentaren durchaus sehr Kritisches dabei war. Aber unabhängig davon oder, sag ich mal so, wie bewertest du diese Gesamtsituation aus geistlicher Sicht? Also sowohl Corona als auch unseren Umgang als Christen damit? Also ich glaube, unsere Gesellschaft ist ja sehr divers. Es gibt sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen. Das hat viel mit Bildung zu tun, mit Umfeld zu tun, mit Beruf, mit Hobby zu tun. Und es gibt nicht mehr nur diese eine Lösung, diese eine Botschaft, diese eine missionarische Kelle, mit der wir irgendwie nach außen treten müssen. Ich glaube, dass es viele unterschiedliche Gemeinden geben muss, die die einzelnen Bevölkerungsgruppen irgendwie ansprechen und einladend für die sind und auch relevant sind für die. Ja, hat das deine Frage beantwortet? Du glaubst, dass das so sein sollte, aber denkst du, ist das auch so? Nee. Dann würde ich halt nachfragen, warum nicht? Also du hast ja mit den Jesus-Freaks, hast du ja anscheinend, die bestehenden Gemeinden haben nicht das in dir geboten, was du gebraucht hättest oder was du dir gewünscht hättest. Und auch heute noch höre ich ja jetzt schon raus, dass du jetzt nicht mit allem wunderbar glücklich und zufrieden bist, was es heute eben an Angeboten gibt. Und ich frage mich dann, was ist in den letzten 30 Jahren passiert? Also die Jesus-Freaks heute sind jetzt auch nicht mehr so präsent, wenn ich es richtig wahrnehme. Oder was haben wir vielleicht versäumt, uns als Christen weiterzuentwickeln? Ja, da könnte ich jetzt, glaube ich, einen zweistündigen Vortrag zu halten, müsste ich mich echt zusammenreißen. Also es hat was mit Relevanz zu tun, es hat was mit Sprache zu tun, es hat was mit Räumen zu tun, also mit ganz viel, was mich auch beschäftigt mit diesem Thema Brücke sein. Ich habe mir gestern einen Gottesdienst auf YouTube angehört, eine Predigt von der größten charismatischen Gemeinde in Deutschland, die da unten in Baden-Württemberg sitzt, mit einem sehr tollen Pastor, den ich persönlich nicht kennengelernt habe, der ein ganz netter Kerl ist, aber meine Fresse. Also sprachlich ist das furchtbar. Also jeder Nichtchrist, der das hört, muss rückwärts in seinem Stuhl sich umdrehen und sagen, da würde ich noch nie hingehen, dieses ganze fromme Geschwafel, auch das Lobpreis, das ist alles so abgehoben in so einer Dimension, wo Otto Normalverbraucher, Christe Arbeiter in Dortmund, der in der Fabrik ist, der Kfz-Mechaniker, überhaupt keinen Zugang zu hat. Ja, um dazu, allein zu der Sprache, einen Zugang zu bekommen, ist wahnsinnig schwer. Und das macht diese Art, die dort im Gottesdienst gefeiert wird, zu machen, dass fast alle charismatischen Gemeinden, ja, sogar hier von diesem katholischen Otto, wie heißt er noch? Naja, du weißt ja nicht mehr. Johannes Hartl. Genau. Auch da habe ich mir so eine Live-Übertragung angeguckt. Das ist alles sehr geschwollen. Ja, es ist wie so eine eigene Welt, wie so eine eigene Szene mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Musik, mit eigenen Räumen, mit eigenen Werten und Normen, sogar eigenen Kleidungsstilen teilweise. Und ja, also ich glaube, Jesus ruft uns alle auf, wieder mehr zu mischen, mehr Salz zu sein, mehr in der Welt zu sein und uns da laut zu werden. Ich kann mir das nicht anmaßen, zu behaupten, dass jetzt die Leute in der Gemeinde von Johannes Hartl das nicht machen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe schon den Eindruck, gesamtgesellschaftlich gesehen, in Deutschland spürt man von den Christen recht wenig. Und wenn, dann hört man nur so eine Sache, dass sie dann trotz Corona Gottesdienste feiern und alle Welt schüttelt den Kopf und sagt, das kann doch gar nicht angehen. Mit der Volksbibel hast du ja versucht, diese Sprache zu durchbrechen. Dafür bist du aber vor allem von den Christen noch sehr stark kritisiert worden. Jetzt sind ja schon einige Jahre vergangen. Wie bewertest du das heute für dich? Also kannst du zum Teil auch Kritik nachvollziehen oder sagst du, nee, das ist ja genau das Problem, was bis heute noch besteht und genau aus dem Grund ist die Volksbibel wichtiger denn je? Also ich habe tatsächlich letzte Woche erst wieder einen handgeschriebenen Brief von einer älteren Dame bekommen, die genau dieselben Argumente gebracht hat, die schon seit bestehender Volksbibel gebracht werden, nämlich, dass es keine göttliche Sprache ist und dass Jesus nie so geredet hätte und dass ich damit das Wort Gottes in den Schmutz ziehe und dass ich mich vor Gottes Gericht dafür verantworten muss, dass ich dieses Schandbuch in die Welt gebracht habe. Also fast so wortwörtlich stand es auch in diesem Brief wieder drin. Also zu dem Thema Volksbibel und Sprache kann ich eigentlich immer nur wieder das sagen, was ich schon seit Anfang der Volksbibel sage. Hat Gott uns berufen, den Menschen zu retten oder die Sprache? Natürlich Menschen. Und wenn er sagt, in Matthäus 28 geht ihn in alle Welten und verkündet das Evangelium allen Völkern, dann ist das auch ein Übersetzungsbefehl. Keiner rechnet damit, dass in Afrika die Menschen Hebräisch oder Altgriechisch verstehen. Und in dem Jugendzentrum, in dem ich in Köln gearbeitet habe, wo die Volksbibel entstand, ist da halt einfach keiner Luther und auch nicht Hoffnung für alle und auch nicht gute Nachrichten verstanden. Das war einfach für die uninteressant und so weit entfernt von ihrem Leben, dass ich diese Bibel schreiben wollte, um sie irgendwie sprachlich abzuholen. Jetzt ist die Volksbibel mittlerweile auch schon 15 Jahre alt, vom Ursprung her viermal geupdatet. Auch das ist von 2012, also schon acht Jahre. Was ist der aktuelle Stand rund um Volksbibel? Ja, nett, dass du nachfragst. Das ist tatsächlich so, dass da vor einem Jahr plötzlich so ein Revival kam. Ich hatte eigentlich schon vor zwei Jahren gedacht, so okay, das war's. Aber da hat ein junger Mann, Andreas Steiger, die Vision gecatcht und hat dafür Feuer gefangen und hat eine kostenlose App für das iPhone und für Android programmiert. Das waren viele, 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 viele Stunden Arbeit, die man kostenlos runterladen kann und hat dann auch gesagt, Mensch Martin, in dem Wiki, wo wir bisher dran gearbeitet haben, das ist alt, Wiki gibt's nicht mehr, die sind alle mit dem Handy unterwegs, die Jugendlichen, das muss irgendwie aufs Handy. Und jetzt hat er seit zwei Wochen, ist es fertig, auf Google Docs das ganze Neue Testament und Teile aus dem alten Testament übertragen. Und jetzt haben wir schon wieder so einen Stamm von fünf bis zehn Leuten, die daran mitarbeiten und wir nennen das Projekt Volksbügel 2020. 2020 werden wir nicht schaffen zur Veröffentlichung, aber so als Idee in den 20er Jahren, dass das auch weitergeht, weil sich Sprache ja auch weiter verändert hat. Und ich bin schon sehr gespannt, was daraus kommen wird, ob das auch nochmal gedruckt wird oder ob es dann nur in der App-Form bleibt. Aber auf jeden Fall ist das Projekt alles andere als tot. Also da passiert gerade unheimlich viel. Okay, spannend, ja. Das heißt, nochmal kurz zur Einordnung, also ihr habt ja die Volksbibel, nachdem du die erste Fassung veröffentlicht hast, als Wiki online zur Verfügung gestellt, dass alle daran mitarbeiten können, so wie bei Wikipedia, so der Grundgedanke. Und daraus sind dann auch verschiedene Fassungen entstanden, bis zur 4.0-Version, die 2012 erschienen ist, und dann wurde es ruhig. Genau. Okay, und jetzt gerade seid ihr mitten in diesem Prozess Weißt du, quasi jeder, der möchte, kann in diesen Google Docs mitarbeiten? Genau, dann kam noch das alte Testament, Band 1 und Band 2 und dann die Gesamtausgabe und dann war der Übersetzungsprozess erst mal abgeschlossen. Und jetzt sind wir an einer neuen Version dran und wenn jemand da mitmachen möchte, dann kann er mir eine E-Mail schreiben, martin.volksbibel.de und dann werde ich das weiterleiten an den Andreas und dann könnte jeder mitmachen, wenn er Lust dazu hat. Okay, spannend, ja. Und merkst du selber so ein bisschen auch an der einen oder anderen Stelle, ja, die Sprache hat sich tatsächlich in den letzten Jahren gewandelt. Total, total. Ich unterrichte auch in meiner Schule Jugendsprache, da habe ich mich nochmal schlau gemacht und war doch überrascht, dass es mittlerweile Begriffe gibt, die auch ich nicht mehr kenne. Aber es geht auch nicht nur um Jugendsprache, es geht auch darum, eine einfach zu verstehende, unreligiöse Sprache, die muss gar nicht unbedingt Jugendsprache sein, aber so kurze Sätze und auch religiöse Begriffe nochmal zu hinterfragen und zu überlegen, wie würde das heute vielleicht gesagt werden können, um diese ganze Bibel mit sprachlich nochmal aufzubrechen und dadurch auch neue Inhalte zu erschließen. Welche Bibelübersetzung liest du eigentlich am liebsten? Ich lese zur Zeit gar keine Bibel, nein, Spaß. Immer die gerade rumliegt. Also ich habe von so einem Volksbibelkritiker auf einer Buchmesse mal so eine Schlachterübersetzung geschenkt bekommen, die lese ich tatsächlich auch ganz gerne, die ist so mit Goldschnitt und so, die ist total cool. Vielen Dank, lieber Kritiker. Genau. Aber ich lese auch gerne, gerade jetzt mit diesem neuen Übersetzungsprozess, auch immer noch in der Volksbibel und manchmal habe ich jetzt gefühlt, dass jemand anders geschrieben, weil es auch mich so anspricht und wie so von der Seite plötzlich kommt und bei mir so neuen Gedanken verpflanzt. Schlachter und Volksbibel ist quite a contrast. Stimmt. Ich würde nochmal gerne kurz zurück zu 1994 springen und zwar wurdest du damals von IDEA als Christ des Jahres ausgezeichnet. In einer Predigt sagtest du peinlich, ich weiß, es war vor fünf Jahren und doch erwähnst du es aber eigentlich auch immer mal wieder hier und da. Warum? Es gibt immer einen schönen Lacher, weil viele das nicht wissen und damit auch nicht rechnen. Also IDEA ist ja eher bekannt für konservative Theologie und so Brüdergemeinden und kritisch, ja, also auch kritisch-christlich-kritisches Blatt, wo viele Artikel drinstehen, also meine Eltern haben die auch immer gelesen, wo man danach denkt, oh nein, oh und hier, oh nein, da läuft da noch was schief und hier läuft auch noch was schief und so, dann kommt mal kurz eine positive Story und so. Aber es ist immer noch ein Lacher, ja. Ja, ich, also ich mag den Helmut Mattis, den Gründer, auch wenn er nicht mehr aktiv ist, den habe ich mal persönlich kennengelernt, das ist echt ein ganz feiner Mensch und wir haben uns versöhnt, das war auch nötig, wir haben uns versöhnt und mögen uns und ich schätze ihn sehr, ein toller Christ und ein toller Mann, aber selber die Zeitschrift IDEA lese ich nur, wenn sie irgendwo mal ausliegt, wenn ich manchmal predige und dann da auf dem Büchertisch, dann lese ich mal drin, aber ein Abo habe ich nicht. Zumindest digital habe ich gehört, stößt du das öfteren auf die Bezahlschranke. Es scheint dir also doch einige spannende Themen. Ja, genau, vielleicht mal ein Probe-Abo, vielleicht kriege ich ja eins geschenkt von einem Buchstum gelesen. Da würde ich mich freuen. Schauen wir mal, ob wir das für dich einrichten können. Okay. Du hast danach gesagt, weil wir ja, das war 1994, ich meine, da ist ja echt eine Menge passiert. Deswegen denke ich, ist es auch gut, wenn man da jetzt nicht zu sehr in dieser Zeit verharrt und ein Jahr später war dein Drogenrückfall und du hast gesagt, irgendwie gefühlt zum Loser des Jahres bist du geworden. Jetzt frage ich mich, in welcher Zeit hast du mehr über dich und Gott gelernt? Auf jeden Fall in der Krise. Also, ich habe danach ja noch andere Wüstenzeiten erlebt, die alle ihre Qualitäten hatten und alle wüstiger waren als die nächste. Aber im Rückblick habe ich dann auch später mal eine Predigt drüber gehalten. Glaube ich tatsächlich, dass sich unser Charakter, unser Herz in der Krise verändert und nicht in der Halleluja preis den Herrn, alles wird gut, Zeit. Also, diese christlichen Konferenzen, die sind zwar schön und inspirierend, aber oft hat man nach ein oder zwei Wochen schon vergessen, was da gelaufen ist. Aber wenn es einem wirklich schlecht geht und man wirklich merkt, ich kann nicht mehr, ich bin am Boden, ich habe Mist gebaut, ich habe keine Antworten mehr, dann lassen wir Gott und Gottes Botschaft und seine Leute doch mehr an sich selbst, an dein Herz ran, an den Charakter an. Und wenn ich mir so Predigten anhöre von mir damals noch so als Christ des Jahres, da komme ich sehr feurig rüber und sehr begeistert, aber doch auch ziemlich flach. Also die ganzen Antworten, die ich da hatte, waren doch eigentlich ziemlich flach. Du musst halt mehr beten, dann geht es dir gut und wenn du mir in der Bibel liest, dann ist alles super. Und diese einfachen Antworten, die sind mir in der Wüste ausgegangen. Und heute hat mein Glaube doch eine andere Dimension, eine andere Tiefe bekommen und das hört auch nicht auf. Also ich finde es toll, wenn Christen ihr Leben so beschreiben, als ich war ungläubig, habe den Herrn kennengelernt und bin dann von Folge 7 zu Folge 9 und immer weiter es ging, wurde immer alles besser und alles schöner. Bei mir war das nicht so. Bei mir gab es dann immer wieder Phasen, wo es nach unten ging und dann wieder Phasen, wo es nach oben ging, Phasen der Wüste und Phasen des Schilfsmeer, um es mal in dem Bild auszudrücken. Und ich glaube, ich brauche beides und ich behaupte, dass es sehr, sehr vielen Christen eigentlich auch so geht. Diese Phasen nach unten, aber dann auch wie diese Phasen, wo Gott sein Feuerwerk abzündelt und wir denken, wow, es ist so super, Christ zu sein. Und dann auch wieder Phasen, wo man Dinge hinterfragt und wo man auch Werte hinterfragt und religiöse Praktiken hinterfragt. Du hast ja die Wüstenzeit auch in deiner Biografie ein ganzes Kapitel beschrieben, fand ich tatsächlich auch sehr stark. Nun ist die Biografie selbst vielleicht da noch ein Punkt. Also mit 37, müsste mit 37 gewesen sein, hast du geheiratet? 2002? Und gut recherchiert. Aufmerksam gelesen, genau. Du hattest vorher schon eine Ehe gehabt. Jetzt ist meine Frage, seitdem du auch wieder geheiratet hast, bis heute, das sind ja 18 Jahre jetzt schon vergangen, denkst du heute in Bezug auf Ehe nochmal anders? Wie hat sich da dein Verständnis gegenüber Ehe vielleicht verändert? Hui, also ich würde sagen, ich bin ein Experte in vielen Dingen, aber in Ehe-Ding bin ich kein so guter Ratgeber. Da bin ich nicht so ein Experte. Da sollten andere Leute von Ehe für Christus oder wie heißt nochmal diese eine tolle Arbeit, können die Kompetenteres zu sagen. Ich finde generell, Gott hat mit Beziehungen uns eine der schwersten Aufgaben auf den Weg gestellt. und ich kenne ganz, ganz wenige Menschen und auch ganz wenige Christen, die das wirklich hundertprozentig super ihr ganzes Leben lang auf die Reihe kriegen. Das ist immer etwas, wo wir strugglen, wo wir fallen, wo wir Probleme haben, wo wir Veränderungswillen brauchen und wo wir auch immer mal wieder scheitern. Also wenn ich mir deine Biografie anschaue, da will ich auch nochmal auf die letzte Seite eingehen, die fand ich auch sehr spannend, aber im Vergleich zu heute, es sind jetzt wieder acht Jahre vergangen, was hat sich da in dir verändert? Also was hast du die letzten acht Jahre getrieben? Ja, ich habe acht Jahre, das ist acht Jahre, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wenn die 2012 zumindest erschienen ist, dann haben wir jetzt das Achtjährige. Ja, ich habe nach dem Buch gab es wieder mehr Predigtanfragen und ich sage auch mal so, das Vertrauen in mich als Prediger ist wieder größer geworden. Es gab einige Bücher, die ich geschrieben habe, nochmal so ein Jesusbuch, dann nochmal ein anderes Jesusbuch, dann bei so einem Andachtsbuch, also da ist auch eine Menge passiert. Also der Autor ist in dir? Der Autor in mir, genau, also dieses Matthäus, dieses Wort-Ding in schriftlicher Form habe ich ziemlich stark ausgelebt. Zur Zeit habe ich so den Eindruck, es ist gerade so eine Umbruchsphase und ich kann das noch gar nicht so richtig einsortieren. Ich habe nicht mehr so viele Predigtanfragen, ich mache viel freie Trauung. Dafür habe ich aber zwei Buchverträge auf einmal. Also das scheint dann noch mehr in Richtung schriftlich zu gehen, ich weiß es nicht genau. Aber von meinem geistlichen Dienst kann ich schon sehr lange nicht mehr leben und habe dadurch mir einen Job gesucht, hast du ja glaube ich schon gesagt, als Lehrer und davor in einer anderen Agentur gearbeitet. Und ich habe noch so eine neue Vision. Vor einem Jahr mit dem Urlaub kam mir so ein Gedanke, so eine Idee und ich habe auch schon einen Flyer dafür. Und da habe ich aber noch nicht öffentlich drüber gesprochen. Da brauche ich auch sehr viel Geld für, so fünfhunderttausende Millionen ungefähr. Und das ist eher sowas für einen Lebensabend, sage ich mal. Vielleicht so mein letztes Projekt, was ich dann nochmal machen möchte. Also ich höre schon raus, das Ganze willst du natürlich nicht verraten, aber vielleicht so die Richtung. Also vielleicht hört ja jemand zu, der sagt, Mensch du, halbe Million habe ich gerade übrig. Ja, meine Beobachtung ist, also die Vision ist aus einer Beobachtung heraus eigentlich entstanden, dass ich sehe, dass doch mehr und mehr Christen ausbrennen und vor allen Dingen Christen, die in irgendeiner Art in Leitungsverantwortung stehen. Und die Vision ist, ein Haus zu kaufen auf La Gomera, wo ich ganz viele Jahre in meinem Burnout-Urlaub hingemacht habe. Welches Land ist das? Das ist Spanien, das ist eine von den kanarischen Inseln, aber es ist eher so eine unbekanntere Insel, neben Teneriffa liegt die. Und da muss man im Boot rüberfahren und da wohnen auch so ein paar Hippies und es ist sehr entspannt und da wollte ich so eine Villa kaufen und wo so ausgebrannte Christen hinkommen können und sich einfach ausruhen können, entspannen können, Gesprächsangebote kriegen, wenn sie wollen, Gebet, geistliche Seelsorge, aber auf freiwilliger Basis. Und das ist so meine vielleicht letzte Vision, die ich echt gerne noch umsetzen würde. Also liebe Zuhörer, falls ihr wisst Bescheid. Genau. Cool. Ein Haus auf La Gomera. Ja, sehr schön. Ich stelle mir das gerade vor, Sonnenuntergang und schön. Ich bin gerade, kommt man richtig in die Urlaubsstimme. Ich würde jetzt nochmal auf die letzte Seite von deiner Bio kommen wollen. Du hast geschrieben, trotzdem werde ich wohl nie ein normaler Christ sein, der Sonntagmorgens in die Kirche geht. Trifft das heute immer noch auf dich zu oder gehst du mittlerweile sonntags doch in eine Kirche regelmäßig? Ach, diese Stelle holt mich immer wieder ein. Dann kannst du es jetzt ein für allemal. Ich bin ein ganz stinknormaler Christ. Nein, ich bin tatsächlich jemand, der Sonntag aber nicht um 10, aber wann geht er los? Ich glaube um 12 in den Gottesdienst geht. Aber der Gottesdienst findet in einem tollen Kino in Berlin statt. Es gibt in Berlin leider keine Jesusfreaks-Gemeinde mehr. Es gibt nur einen kleinen Hauskreis und der ist auf der anderen Seite von Berlin. Das ist für uns zu weit weg mit den zwei kleinen Kids. Die haben auch einen Kindergottesdienst und da gehen wir auf jeden Fall hin. Das ist aber schon auch eine Künstlergemeinde. Journalisten gehen da hin. Berlin-Projekt heißen die. Und da fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Also rein äußerlich ist mein Leben alles andere als freakig zur Zeit. Wir wohnen sogar in einem Rheinhaus. Das war immer so das Feindbild. Ich habe immerhin keinen weißen Mercedes, aber Rheinhaus habe ich und ich laufe auch klamottenmäßig. Der Ohrring ist schon längst raus. Die Löcher sind alle zugewachsen aus dem Ohr. Das Tattoo habe ich immer noch, aber darf ich mir nicht nachstechen lassen, finde meine Frau nicht so toll. Aber im Herzen denke ich mir nicht immer noch ein Freak. Also im Herzen, in meiner Persönlichkeit bin ich immer noch jemand, der freakig denkt und irgendwie out of the box denkt. Und das merkt man an meinem Musikgeschmack, das merkt man an meinem Lebensgefühl. Glaube ich, hoffe ich. Und insofern würde ich sagen, bin ich immer noch ein Freak. Ja, ein Freak, der auch mal im Anzug rumläuft, aber irgendwie mit Jesus am Start ist. Sagt er und sitzt mir im Jackett gegenüber. Dann muss ich ja auch die zweite Hälfte quasi das Zitat des bringen. Man darf hier nicht aus dem Zusammenhang reißen. Du sagst dann, selbst mit 80 Jahren werde ich immer noch ein Freak sein. Jemand, der Dinge anders denkt und anders macht, auch gerne einmal gegen den Strom schwimmt. Jetzt frage ich mich nur auch da wieder, warum ist das so? Also wenn wir an deine Anfänge denken, des Glaubens, warum bist du so anders? Bin ich so anders, weiß ich gar nicht. Vielleicht hat das was mit den Genen zu tun. Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin eigentlich niemand, der gerne kritisiert wird. Ganz im Gegenteil. Also diese ganze Kritik. Dann hast du einiges falsch gemacht. Ja, in der Tat. Also gerade die ganze Kritik an meiner Person, zweimal schon dem Satan übergeben worden, einmal sogar livehaftiger. Das fand ich nicht so toll. Ganz im Gegenteil. Das hat mich oft verletzt und traurig gemacht und habe ich lange dran zu knapsen. Kann ich dir gar nicht genau beantworten. Ich weiß es nicht. Okay, aber gerade jetzt dieses Beispiel mit dem Satan übergeben worden. Du sagst das so mal eben nebenbei. Ich kenne keinen Christ bislang, der dem Satan übergeben wurde. Das sollte ich? Nee. Jetzt sind es ja eine Gegenwart. Das ist gleich zweimal passiert. Naja, in deiner Bio hast du ja auch gesagt, in Spitzenzeiten waren es glaube ich über 600 Hassmails wegen der Volksbibel oder sowas. Heute noch in den Kommentaren bekommst du so, warum hassen dich so viele Christen? Oh Mann, das weiß ich auch gar nicht so genau. Also es muss auf jeden Fall was damit zu tun haben, dass wenn da mal jemand ist, der so ein bisschen anders denkt und anders tickt und andere Meinung vertritt im Glauben, also in der Glaubenswelt, in der kirchlichen Welt, das sofort Menschen provoziert. Ist ja klar, weil sie sich dazu positionieren müssen. und ich habe ja auch, ich sage mal auch so Experimente gewagt, also ich habe ja bei dieser Hochzeitsshow da damals zum Beispiel mitgemacht, weil ich den Ende auf Sat.1, weil ich den Eindruck hatte, dass Gott das von mir möchte. Da bin ich sogar von Johannes Hartl und ganz berühmten Christen öffentlich über Facebook kritisiert worden, ja, weil Menschen auch nicht nachfragen und mal das Gespräch suchen, sondern irgendwie, dann haben sie irgendwie was gehört. Das habe ich übrigens oft erlebt, also gerade in den Briefen. Ich habe also jeden Kritikbrief habe ich handschriftlich beantwortet und bin auf alle Argumente eingegangen, so weit man das möglich war. Und da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und ich habe sehr oft festgestellt, dass dann die Leute geantwortet haben und dann so kam, halt Reier, so dumm sind sie ja gar nicht, anscheinend sind sie ja doch Christ. Hätte ich ja gar nicht für möglich gehalten. Und dann auf zweite Rückfrage kam dann raus, dass die sich nie mit mir, mit der Volksbibel, mit Jesus Fix beschäftigt hatten. Also ganz viel Kritik gegen die Volksbibel kam von Leuten, die nie in der Volksbibel gelesen haben. Die haben nur gehört, da ist irgendjemand, der hat dieses Buch geschrieben, hier hast du die Adresse, da müssen wir protestieren, da müssen wir gegen aufstehen. Und ja, wenn die sich nur mal die Mühe gemacht hätten, mal nachzufragen und mal zu hören, warum habe ich das überhaupt gemacht und warum glaube ich, dass Gott das von mir wollte, was für Früchte hat, dieses Buch alleine gebracht, hätten glaube ich viele gar nicht den Stift in die Hand genommen und geschrieben oder sich an die Tastatur gesetzt. Das heißt, einfach mal öfter nachfragen. Ja, öfter nachfragen und mal das Beste vermuten und nicht immer gleich das Schlimmste. In den 60er, 70er Jahren gab es die Jesus People, die haben dich inspiriert, in den 90er Jahren die Jesus Freaks zu gründen, 20 Jahre später waren das. Heute sind wir in den 20er Jahren des nächsten Jahrtausends und sind wieder 30 Jahre weiter. Wenn du jetzt noch mal so jung wärst wie zu Beginn der Jesus Freaks, wäre das Ganze keine Punk-Bewegung, sondern eine Hip-Hop-Bewegung oder ist das die falsche Kategorie? Also was würdest du, wenn du jetzt heute jung wärst, was würdest du heute machen? Ich würde erstens ganz stark die neuen Medien nutzen, weil das das Medium bei den jungen Leuten heute ist. Also nicht Facebook, sondern irgendwie Insta und TikTok und die ganzen neuen Plattformen digital. Es würde alles digital laufen, glaube ich. Ich denke musikmäßig, ja, auch Hip-Hop, deutscher Hip-Hop, denke ich, ist noch so am breitesten bei den jungen Menschen beliebt und bekannt. Das wäre eine Musik, die in den Gottesdiensten gespielt werden müssen. Es dürfte vielleicht gar nicht mehr Gottesdienst heißen, sondern irgendwie einen anderen freshen, schönen Namen. Und ich persönlich, das habe ich am Anfang schon gesagt, würde ganz stark auf die Sprache achten und vielleicht eine ganz neue Sprache entwickeln, eine Sprache, die diese jungen Leute sprechen und versuchen, all das nochmal zu übertragen, was wir schon so drauf haben. Selbst so Worte wie Gebet und Bibel, Gotteswort, Taufe, Abendmahl, Kirche, Liederbuch, Altar, für all das versuchen, neue Sprache zu finden, die auch echt ist und die wirklich dem Lebensgefühl der Jugend entspricht. Ja, und ich denke auch, die Not, die ich damals hatte, ist eine andere Not, als die, die die Jugendlichen heute haben. Heute haben viele Jugendliche eine Not mit diesem Vergleichen und diesem, wer ist der Coolste, wer hat das beste Handy, die Mädels vergleichen sich mit ihrer Figur und ihren Klamotten und wer ist das Schönste, wer ist der Beste. Also jetzt mal wirklich aus dem Bauch heraus, die Botschaft muss sich auch irgendwie ändern. In den 60er Jahren, wenn da mal ein Aufbruch kam in der Kirche, da ging es dann ganz viel so um Buße und Beichte und so. Mit dem Thema wirst du heute niemand mehr in deinem Ofen hervorlocken. Also damit wirst du heute niemanden mehr zum Glauben bringen, weil die fühlen sich sowieso schon alle so schlechter und dann kommt da noch einer und sagt, du bist noch schlechter, als du denkst, du musst dich jetzt begehren. Ich glaube, heute geht es um andere Themen, heute geht es um Annahme und da ist ein Gott, der liebt dich so wie du bist und mit dem kannst du was erleben und Gemeinschaftsgefühl in der Gemeinde erzeugen, sich identifizieren können mit der Gemeinde. Und alleine das, die meisten freien Gemeinden, die ich so kenne in Berlin, sind so unjugendlich, dass sich da junge Leute gar nicht mehr mit identifizieren können. Da treffen sich so ein paar Oldies, packen da ihre Bongos aus und spielen da ihre Akustik-Klampfe und tun da fromme Sachen, die aber mit meinem Leben gar nichts so richtig zu tun haben. Aber das ist ein großes Feld und ich glaube, dass die Christen, die freien Gemeinden, aber auch die Landeskirchen sich ganz, ganz dringend darüber Gedanken machen müssen, weil sonst sterben wir aus. Und die Mitgliederzahlen sagen das auch. Es gibt Statistiken, die habe ich schon vor zehn Jahren mal gelesen, vor fünf Jahren. Wenn das so weitergeht, werden wir in 100 Jahren, in 200 Jahren die Kirchen, die großen alten Kirchen alle leer sein und auch die freien Gemeinden werden das nicht auffangen können und auch die schrumpfen in Deutschland. Weltweit zwar nicht, in den asiatischen Ländern Südamerika wachsen die freien Gemeinden, aber in Deutschland ist auch das nicht der Fall. Ja, also ich fand es einfach spannend, die Überlegung. Es gibt ja für jede Epoche sozusagen dann auch wieder veränderte Bedürfnisse, wie du jetzt angesprochen hast, zu sagen, Mensch, wenn man sich eh schon schlecht fühlt, zu sagen, was ist die adäquate Antwort drauf. Denn Jesus People, Jesus Freaks, wäre vielleicht ja mal wieder ein passender Zeitpunkt zu sagen, Jesus Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja, stimmt. Gleichzeitig vielleicht aber an der Stelle, falls jemand zuhört und die zündende Idee hat, wie er das machen möchte oder sie, dann vielleicht hast du noch zumindest einen Gedanken zu sagen, okay, Moment mal, aber. Denn als du losgeprescht bist, hat es aber ein paar Jahre später Burnout gehabt. Das heißt, voller Elan, voller Hingabe und trotzdem am Ende ausgebrannt. Und auch das hört man ja von Pastoren schon immer mal wieder. Stimmt, ja. Was hättest du dem damaligen Martin vielleicht geraten? Ja, also ich, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich glaube tatsächlich, dass da eine ganze ältere Generation schlummert, die da eigentlich einen Auftrag haben, ja, die so ein weites Herz haben für diese verrückten neun jungen Gemeinden, die dann alle hoffentlich bald entstehen und die nicht sagen, was sie alles nicht machen dürfen und nicht sagen, wo sie alle Fehler machen und nicht sagen, wo es alles unbiblisch ist, was ihr da gerade fabriziert, sondern die da sind, die in der Ecke sind, die still sind und wenn sie da aber sehen, da brennt jemand gerade aus, da verausgabt sich jemand, dann da zu sein und Ansprechpartner zu sein und sich den Menschen zu dienen, die dort vor dem Burnout sind. Also ich glaube persönlich, ich hatte sowas nie. Ich hatte nie in meiner Burnout-Zeit einen Menschen, den ich hatte in meinem Leben sprechen lassen, auch von einer älteren Generation. Also Neudeutsch-Mentoring. Ja, Neudeutsch-Mentoring, genau. Oder Therapeut oder keine Ahnung, einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter, der mich auch warnt und der sagt, so Martin, jetzt mach mal zwei Wochen Urlaub und schlaf mal. Auch eine gute Idee, mal fünf Stunden am Stück zu schlafen oder ja, sorg dich mal um deine Finanzen und sorg dich mal um deine Ehe, sorg dich mal um deinen Körper, das auf eine gute Art, sodass man es auch annehmen kann. Ja, wenn das, wenn ich dann nur eine Person gehabt hätte, in meinem Leben wahrscheinlich ganz anders gelaufen hätte, hätte wäre, wenn Gott hat auf meinem Mist doch eine Menge Sachen wachsen lassen und kann ich dann am Ende eigentlich nur sagen, ja, Gott hat ganz viel Scheiß, der bei mir passiert ist, was richtig Gutes werden lassen, ja. Trotzdem wünsche ich das keinem und man muss auch nicht ausbrennen, ja, das muss nicht in der Biografie stehen, weil auch viele davon nie wieder aufstehen, wie du ja wahrscheinlich auch Leute kennst, oder? Die wirklich dann nach dem Burnout ganz ausgeschieden sind, gar keine Christen mehr sind, weg sind aus der Gemeinde. Ja, ja, leider. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Über Luther hast du mal die Frage gestellt, was hat Luther uns eigentlich gebracht? Echt? Ist tatsächlich so. Oh, okay. In einer Predigt hast du diese Frage mal gestellt. Ich frage mich, wie würdest du die Frage über dich selbst beantworten? Was hat Dreier eigentlich mal gebracht? Uns eigentlich gebracht. Das würde ja in so einer Selbsthudelei enden, wenn ich auf diese Frage jetzt antworte. Also ein paar Früchte aus meinem Leben, die ich immer noch cool finde, sind auf jeden Fall natürlich diese zwei Projekte Jesus Freaks und Volksbibel. Und Jesus Freaks haben, das glaube ich, streitet auch keiner ab, nachhaltig die Kirche in Deutschland verändert, den Jugendgottesdienst verändert. Und als die Jesus Freaks gegründet wurden in meinem Wohnzimmer, da gab es keine Gemeinde in Deutschland, keine Jugendgemeinde, wo ein Schlagzeug und eine verzerrte E-Gitarre stand. Da haben sie mit Bongos und Akustik-Klampfe Lieder aus dem blauen Buch gesungen. Und da haben wir schon eine Schneise geschlagen, die sich bis heute verändert hat. Auch sprachlich, viele Jugendgottesdienste, die ich auch bis vor kurzem noch eingeladen wurde, merkt man das. Also es ist wirklich so, dass ich ganz oft in meinem Dienst dann in irgendeiner Jugendgemeinde plötzlich saß und da predigen sollte. Und dann saß ich da und dachte, hä, das ist ja so ein Send-Jesus-Freak-mäßig hier. Hä? Dann macht der Pastor oder der Jugendleiter dann so Ansagen in so einer Schnoddersprache und dann kommt die Band nach vorne und dann haben sie da so Lichtinstallationen und so. Und dann frage ich ihn dann danach, sag mal, wie lange gibt es eigentlich hier so einen Jugendgottesdienst? Und dann erzählt er mir, ja, weißt du, ich war 1996 beim Freakstock und da habe ich die Idee bekommen, ich soll hier diesen Jugendgottesdienst starten und dann ist das Ding entstanden. Also da sind schon, glaube ich, Früchte irgendwie entstanden, die man heute noch sehen kann. Cool, ja. Das ist echt toll. Drei schnelle Fragen zum Schluss, geborgt von Samuel Rösch, den wir als ersten Podcast-Gast hier hatten. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Zurzeit würde ich glaube ich sagen, 95 Prozent aller Väter würden das sagen, meine Kinder. Die sind total süß und die habe ich beide ganz doll lieb. Zoe und Aaron machen auch ganz viel Zeit und Kraft aus in meinem Leben. Worauf kommt es an? Durchhaltevermögen, Marathon laufen, nicht aufgeben. Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll? Weiter auf dem Fels zu bleiben, auf Jesus zu bleiben, bei all dem, was manchmal dagegen spricht und all dem, was man so erlebt, am Glauben festzuhalten. Egal, was passiert. Vielen Dank für deine schönen Schlussworte, lieber Martin. Und danke dir für deine Zeit. Danke auch. Das war's für heute von Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Schreibt mir doch mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Ihr erreicht mich unter podcast-at-idealisten.net. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zur nächsten Folge dürft ihr gerne mal auf idea.de vorbeischauen und dort zum Beispiel den wöchentlichen Newsletter Punkhaus Post abonnieren. Oder ihr abonniert den Telegram-Kanal von IDEA. Dort einfach nach idea.heute suchen. Oder ihr schaut euch das letzte Königskinder-Video auf YouTube an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.